herzlich willkommen wieder zurück zu paper mario die legende von mir und tor im letzten part haben wir haben wir wieder ein paar kämpfe und einen lagerschlüssel in der lobby gefunden was ist dahinter ein großer raum ein paar kisten eine große ist vielleicht etwas aber was ist das denn samrun und marono was ist da passiert und da ist übrigens stelle nicht in den leeren regen kann sich nicht deutlich ausdrücken wir sehen das war das nicht was in aller welt hat das nun wieder zu bedeuten was geht hier vor sich was ist hier los die verschollenen kämpfer die waren die ganze zeit im lager sind geblättert irgendetwas ist hier faul sagt mir mein gefühl ja ich bin ja auch faul das gebe ich ja offen und ehrlich zu aber ich habe es ja im sinne von ich rieche was diesen drei der nächsten kampf geht es um den titel und daher erfolgen hat gegner champions der name lauter roelius ich hoffe ein ausgewöhnlich und spannenden kampf solltest du mindestens eine sternattacke nutzen echte braucht höhen tiefen bringen uns also ein highlight sagt mir einen kampf ok um regina du bist dran natürlich werde ich jetzt nicht im ganzen kampf jagen drin einsetzen vielleicht werde ich sie ja auch eintauschen aber sie ist tatsächlich eine gute wahl bei den meisten boss gegnern weil sie ja ihre schaden auf einmal macht aber moment mal ihr lang ihr deshalb nicht zum ring für diesen besonderen kampf gibt es besondere anweisungen also folgt mir hey wo bringst du uns denn hin und das ist nur hier in der story so wartet hier das muss auch ein raum für die zweite liga sein aber es ist gar keiner da wir sollten hier warten aber was wir sind aus unserem kampfgegenden champion kommen wir nun zum hauptevent dieses box oh gott bomba luigi derzeit auf rang 1 der ersten liga trifft endlich auf unseren champion aurelius begrüßen wir zunächst das wandelnde kraftwerk aurelius tempion maxi platte muskeln muskeln aurelius unser champion bereit für den kampf ein hausforder ist ein gefährlicher gegner es gibt nur ein champion das bin ich also soll dieser bärte und luigi doch versuchen mich zu besiegen ja mach ich mach ich braten aber sie hat es noch niemand so schnell auf rang 1 der ersten liga geschafft bomba ist also schnell aufgestiegen hast du selbst aurelius oh was heißt das schon ich werde hier und heute unter beweis stellen dass ich die nummer eins bin das dauert aber ganz schön lange ich gehe mal fragen mario das ist die tür ist abgeschlossen die haben uns eingesperrt WTF begrüßen wir nun den herausfahrer den hämmernden hänkerl bomba luigi ähm er scheint ein problem zu geben bleibt bomba er hat sich aus angst vor mir irgendwo versteckt was für ein drama wollte bomba luigi luigi tatsächlich verschwunden sein wenn er nicht unverzüglich im ring erscheint er hat der champion aurelius kampflos zum sieger erklärt ich habe irgendwie das gefühl dass er seine fingern wieder mal ein spiel hat wenn wir nicht im ring erscheinen wird der kampf als niederlage für uns verbucht also müssen wir irgendwie hier raus kommen dieses areal kann man glaube ich auch nicht mehr betreten in der story also schön umsehen aber ich glaube hier gibt es nichts besonderes da ist auch so ähnlich wie bei den anderen Garderoben und hier ist ein Peach Poster aus irgendeinem Grund und das führt uns zu diesem seltsamen Raum hier da kann man anscheinend wo man anscheinend Poker spielen kann kommt man hier raus das heißt es ist eine Art Verbindung da rüber da haben wir sozusagen die Garderobe der ersten Liga eine Toilette die kann man auch nur hier betreten und die Toilette dient als Röhre ist das wir oh wo sind wir denn jetzt egal Hauptsache wir kommen schnell zum ring ok ähm Gummriner bitte los ab in den Ring euer Publikum wartet schon viel zu lange was ich habe euch eingelegt wie bitte und ich habe keine Ahnung wovon ihr redet jetzt geht es um und jetzt geht es um Champion Titel Hi es hat lange gedauert aber da ist es endlich Bombe Luigi ja ich war gerade kracken Bombe wir haben es gerade noch geschafft und das Publikum jubelt dir zu schnell gehen wir hoch in den Ring gib's ihm gib's ihm jay er hat es geschafft er ist pünktlich äh was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bombe Luigi wird unser Champion Aurelius den wertigen Malwaren besiegen können wir erwarten mit Spannung den schicksalshaften Verarm endlich und jetzt kommt meine Lieblingsboss Mucke Mario endlich kämpfen wir gegen den Champion machen wir ihn fertig hm er hätte bei sein Spiel angeschlossen bleiben sollen was du hast also die Wache dazu überredet uns einzuschließen genau und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt ich mache jeden fertig der sich mir in den Weg stellt verlasst euch drauf dann hast du also auch das Sternewild versteckt und uns diese Drohungen geschickt was davon weiß ich nichts Sternewild nie gehört aber was auch immer besonders schwer bin ich zu vermagten wirklinik aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricksalass ich werde euch in Hand und Bremen kleinen Holz hacken Gumbriena kannst du mir irgendwas über diesen Lappen da erzählen? ja klar warte mal ganz kurz also das ist Aurelius seine Luftangriffe sind an der Klasse für sich Max sagt W40 Angriffsgraf 4 keine Verteidigung ein bisschen von den Luftangriffen hat er wohl keine besonderen Spezialitäten aber ich denke wir sollten uns auf einen harten Kampf gefasst machen nimm dich lieber in 8 Mario ja ich charge mich mal ganz kurz ne wow das war nicht schlecht ich habe auch ein paar starke Angriffe im Ärmel mein guter äh tja es ist vorbei Aurelius wenn du meinst du kannst mich besiegen dann hast du dich aber äh schnitten nein Aurelius der unbesiegbare Champion besieg von diesem halb starken Pappnasen boah er hätte diese Entwicklung voraussehen können ein Wunder wahrhaftig Eleganz und Kraft Kraft und Eleganz Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber unglaublich Wahnsinn an diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern man kann jetzt schon sagen dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden und der Sieger diesen dieses Nerven zerfetzenden Kampfes ist BOMBA LUIGI bravo BOMBA du bist der neue Champ der neue Champion ist BOMBA LUIGI BOMBA yay du hast es geschafft du bist der neue Champion Meister gut erhalten von unten darfst du die Garderobe des Champions benutzen von unten darfst du die Garderobe des Champions benutzen ah das ist doch toll meinen herzlichen Glückwunsch Champion von unten darfst du diese Garderobe benutzen sie gehört dir ganz allein mach es dir bequem ich verabschiede mich zunächst also bis dann und ciao yo endlich geschafft Mario aber Aurelius hatte offensichtlich wirklich keine Ahnung von dem Sternengewil wir wissen also immer noch nicht wo das echte Sternengewil ist Mario hörst du auch diese seltsame Stimmen? vielleicht ein Geist? was kann das sein? ich mach keine bösen Überraschungen mehr finde den Geist in der Champion der Garderobe X wir sollen den Geist finden aber was? zum yay wir sind endlich Champion aber wo ist das Sternenjuwil? das ist hier die Frage wie soll ein Haufen Fanpost eine Hantel alles was man eigentlich nicht wirklich ja braucht es gibt nur eins das wir untersuchen müssen zwar das hier nur so können wir da hinein hey Lüftung schafft ich frage mich wohin der wohl führt sowieso den super du der das ist wie du 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 diese stimme das ist doch über das also verantwortlich für diese verschollenen kämpfer und diese unterlagen werde ich in meinem schreibtisch verstecken aber es wird immer schwieriger fähige kämpfer zu finden sogar aurelius hat gegen bombe verloren langsam zeit rauszulöschen für mich er scheint weg zu sein hat etwas über unterlagen gesagt er in seinem schreibtisch leben das ist übrigens stern splitter auch böse versteckt da ist auch einer mehr gibt es glaube ich hier nicht und hier gibt es müssen diese unterlagen sein wir sollten sie genau lesen unter dem ring gibt es also eine maschine die für die man das sternen wir brauchen ist sogar eine funktionsskizze genau verstehe ich das nicht aber das sternen scheint die friedkraft zu sein die maschine ist anscheinend in der lage einer person die energie zu entziehen vielleicht sind ja maron und sammung auch von dieser maschine ausgesaugt worden also wie seid ihr reingekommen und ihr habt sie kein unterlagen gelesen du hast also zu verantworten was aus maron und sammung geboren ist oh nein maron und sammung geboren maron und sammung geboren wir werden das noch in diesem part erfahren was ist hier los der leere ring es scheint so jetzt das her dass wir jetzt hier einen besonderen kampf erleben werden du bist wirklich ein vollpotteln mich bisher her zu verfolgen und da du hinter mein geheimnis gekommen bist muss ich dich leider vernichten was ist das denn und da ist das sterneweil mario schau nur da ist das sterneweil gefällt das diese maschine habe ich denke von all ihre energie entzogen genau um einen wundervollen körper firma zu enthalten wir werden nicht zulassen dass das sterneweil für so etwas missbraucht wird was ich mit meinen sterneweil mache ist ganz allein meine sache also los voller kraft oh mein gott ein dreifacher super saiyajin das gibt es nicht ich werde euch zermalmen so aus meiner energie für mich gewinnen und die diese maschine wir werden diesen dreifachen super saiyajin zeigen wo der hammer hängen ein dreifacher super saiyajin also das ist mega club und die kraft ist stellen wie es macht ihn so stark maximal die 60 angst kaffee keine verteidigung vermutlich wird erst die zahl seine aktion erhöhen danach verwendete items um seine angriffskraft zu erhöhen achte darauf genau darauf wie mega club und seine kraft erhöht aber es ist schon protest wie dieser der club und sich aufgrund hat ich möchte auch zum dreifachen super saiyajin werden aber ja geht nicht ein dreifacher super saiyajin also das heißt ich hau ihm erstmal mit ein paar topflüsten erstmal auf die ömme und er hat schon ganz schöne ganz schön viel kp für den boss des dritten kapitel aber wir kriegen das hin was macht er jetzt guter kampfmann genau so ja ok aber ok jetzt seine verteidigung es gibt auch irgendwie so einen angriff genau machen kann ok er hat jetzt mehr verteidigung kraftpunsch könnte eventuell sehr gut hilfreich sein gegen ihn jetzt bin ich auch jetzt bin ich auch schade hat nicht ganz schlägst dich wackerbombe ich habe auch nichts anderes erwartet schließlich habe ich sofort erkannt dass so ein vielversprechender kämpft aber da kommen wir noch lange nicht vorbei ich kann auch anders ich werde dir eine kostung meiner unendlichen technischen ravenessen geben what the fuck jetzt reicht es mir aber ein dreifache super sei-chan kommt mir nichts ach komm schon wenn du mir doch ein bisschen mehr stempung übergeben kannst oh das ist die so wundervoll aber ich kann auch da verlieren konnten Bomba guter Kampf Bomber Herr Kovrino ist komplett angeschlagen Nein, Mario Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast Torzkoba Entschuldigt bitte, dass ich euch damit hineingezogen habe Aber ich muss unbedingt ans Licht bringen Was in dieser Arena vor sich geht Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen Ich hatte früher einen Bruder namens Torzkopf Ein wirklich feiner Mann Um unsere arme Familie zu ernähren Hat er sich hier als Kämpfer verdingt Eines Tages war er plötzlich verschwunden Als Assistentin des Chefs Versuchte ich etwas über meinen Bruder auszufinden Und ich erfuhr Was Globon hier für ein Spiel trieb Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun Und dann seid ihr aufgetaucht Ich habe euch heimliche Informationen zugespielt Dann bist du also dieser Dix Der uns die E-Mails geschrieben hat Ja genau Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet Und da wurde mir klar Dass nur ihr in der Lage sein würdet Globon zu besiegen Herr Globon, was? Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt Globon, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr Was ist aus dem ehemaligen Champion Dark Toadster geworden? Dark Toadster Herr Senter, das Geheimnis Meine Maschine gekommen Deshalb musste ich ihn auslöschen Du wirst ihn nicht finden So sehr du auch suchst Ich wusste es Oh, Toadster Kopf Sie war immer so nah war Da hat sie nur ihren lieben Bruder gesucht Mario, sieh nur Der Sterne will Und ich liebe diese Melodie Die einfach so sehr Immer wieder gehen soll Oh, da ist er Oh, ist das hier Die Arena? Torz Kopf Oh, Schwesterchen Was machst du denn hier? Also ich bin Schon gut, Torz Kopf Es ist vorbei Alles ist okay Das war also Die Macht des Sterne-Wills Also da Mario Das Sterne-Will gehört dir Ein Unglaublich Wirklich? Wir dürfen das Sterne-Will mitnehmen? Das wäre sogar besser So eine Sache Darf hier nie wieder passieren Also da Mario Wir nehmen das Sterne-Will Oh, yeah Und wir haben es geschafft Mega-Typon wurde besiegt Und das Ist der Preis Das dritte Stern-Juwel Und unsere Sterne-Kraft beträgt jetzt vier Und wir erlernen die Attacke Sternen-Attacke Power Plus Eine wirklich praktische Attacke Wie ich finde Dieses Power Plus Das werden wir auch Das heißt ja oft einsetzen Unter der schillenden Oberfläche War Falkenheim Ein düsterer, gefährlicher Ort Aber mit Tods Kovas Hilfe Entlarfte Mario Klippons düstere Machenschaften Und nach seinem Sieg Über Mega-Klippon Erhielt er Das dritte Stern-Juwel Dieses Juwel Das Antrieb für diese Maschine War Und Klippon Seine Macht verlieh Welche Geimkräfte Schon waren wohl noch In den Stern-Juwelen Ja das war's Wieder mit diesem Ich habe ja gefallen Wenn ja Lassen wir auf Dann ein Eindrom Und sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Hier in Paper Mario Der Legende Von mir und Tor Bis dann Und Ciao Ciao